Barth im Weltkrieg die Olle und willkommen wieder zurückzunehmen ja also Daniel hat jetzt endlich einen gekauft in eigenen Account und der wird auch mit Land garantiert nicht mehr weg kommen die in irgendeiner Form und meiner hoffentlich auch nicht und so her ist das ist ein alter du heißt nicht Alt ich bin der Kusenken Moritz ich bin der Kusenken nicht AHHHHH dabei hasse ich dieses Läuten hier steht das erste Mal aus meiner Perspektive auch denn ich kann es auch wieder aufnehmen ihr habt ja schon beim letzten Mal gesehen Aber ich nehm jetzt auch mit dem Shader auf Ähhhhh Von nö ist auch Shot in UN Wasser Klappt da irgendwie Ja, sorry läuft für meine hässliche Internet Ich hab ihn dunkel Da, sieht man ganz oben Ja, okay, du hast bei mir eigentlich ganz gute Verbindungen Jetzt gerade, ja Sorry, falls ich so ein bisschen langsam bin Eigentlich bin ich mit dem... Ich hab jetzt halt den anderen PC und... Äh, sorry, Alter, wie schmiss bin ich gerade Vielleicht bin ich voll der Profi, aber... Das kann ja jeder behaupten Na, Daniel legt mal wieder rum Jetzt vielleicht kommt wieder vom CS Gamer-Town timed-out in your... Dings-Bomus-Falte Genau Ne, doch nicht Uuuuhu Deine Mutter, Alter, halt die Kette gewohnt So... Ja, ja Bitter mit meiner Schwester und mein... Gesundheit Ey, wo bist du? Sacher bitte Ich bin quasi sowas wie deine Schwester Ja Also nur im Männlich Sag mal, wo du bist, Mann, langsam nervt Überall Du kennst meine Antwort auch Alter Ich fahr das eigentlich an, wie ich... Aber nur geil aus Was ist geil aus? Sag mal was, was? Was? Ich bin überall... Ich bin unterm Luftschiff, von mir aus Ich bin in einer... In einem Land vor unserer Zeit, oder so Also bei deiner Mutter Ja, so kann man es auch nennen Leute, hast du... Wie? Junge, ich hab dich nicht gesehen Ich hab dich nicht gesehen Ich hab dich nicht gesehen Ich hab dich nicht gesehen, Alter, bitte mach auf Yeah, cool Schlecht hab ich gemacht Wie schlecht war ich? Warte mal, das Getriff war auf Stiebelaufnahme Hat das schon gewonnen? Cool Cool Yeah Hä, respawnst du nicht nochmal? Ich das auch... Ah, cool, okay Ja, gut, okay Dann... Ja Das war scheiße von ihr Dann nehmen wir halt deine Aufnahmen hierfür Ja, natürlich Hä, wieso wir können auch deine auch noch nehmen, ist auch das so Dann pack ich die oben so kleine in meine rein Oder deine große in meine klein Okay, dann sehen wir uns da entweder noch eine neue Runde Ich lass laufen Ha! Ja, ist okay Okay, dann... Dann... Steuerung Ja, hau rein, hau mich Tu mich rein hier Gäme mich an Oder so Oh, ey, Katze Oh, ey, Katze Oh, ey, sie mit der Katze Oh, bei mir leckt es gerade ein bisschen Ja, ein bisschen, du hast ja auch eine Bammus-Leitung Atom-Bammus-Leitung Ah, cool Ne, ich meine, generell Bei drei Yo, Leute! Willkommen mal wieder zu einem, was, bei drei? Bei drei Hi 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 Boris hat so'n, äh... Der hat so'n Hänger, ne? Der hat grad eben die ganze Zeit zu... Anstatt drei zwei Oh, hallo, what the fuck! So, nein! Drei 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 Wo geht's hier hoch, Mann? Ich bin in der Sackgasse Das ist ätzend Sackgasse Hä? Wo bist'n du? Sander, sag mal Bist du am Luftschiff-Haus oder bist du am anderen? Ich hab' keine Ahnung... Oh, da Hallo! Hallo! Oh Gott! W- Warum geht der Schalter nicht? Pick my Minecraft? Hallo, Schalter! Geh an! Daniel? Hm? Okay, du bist noch da? Bist du gestorben? Nein, du bist nicht gestorben Nein, du bist nicht gestorben Wo bist du? Kommst du? Das Wasser wieder hochgesprungen? Hä? Wie bist du da noch hingekommen, Mann? Enderperlen Oh, WTF, Mann! Oh, WTF, Mann! Das ist doch nicht wahr! Ich hab' diese Szene Bordscheiße! Ahhhh! Wow, du Spawn-Killer, Alter! Du bist im Arsch! Junge, das kann nicht sein! Das ist doch nicht zu fassen, Alter! Junge, das war voll Cheating, Mann! Wie, wie... Ah, Mann! Enderperlen sind so wunderschön! Ach, du hast... Ich hätt's mit irgendwer... Wo sind die Scheißdinger? Los, neue Challenge! Los, weiter, komm! Enderperlen Yalla! Ich hab' immer noch zwei Cubics für... Welche Lobby? Oh, oder so... Boah, ey! Nimmst du eigentlich ein Chapback auf? Was? Nein, oder? Ich hatte dich! Schön! Drei! 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 Los! Ey, guck mal meine Stats an, bitte! Scheiße! Ich steh da nicht mehr! Oh, Mann! Schon vorbei! Junge, ich war viel besser ausgerüstet und dann kommst du wieder und dann hast du auch immer einen Bogen und beide und... Junge! Oh mein Gott, bin ich ausgerüstet! Ich hätt' dich so gefickt, Mann! Moritz, du bist jetzt sofort tot, wenn du jetzt nach oben gegangen bist! Hä, warum? Hä, warum? Ja, nicht du bist froh! Halt! Auch das kann nicht sein, Alter! Du hast'n, Alter! Das gibt's doch nicht, Mann! Das... Mann, du bist scheiße, Alter! Wenn du... Wenn du jetzt gestorben bist, als hättest du sofort gesagt so, äh, Aufnahme löschen und so, äh... Ja, und... Hä, ich gewinne aber nicht! Deine Bitch, Alter! Meine! Mann, Moritz, du meinst der Wasserfall, der nach unten führt, du... Ja, was zur Hölle?! Ich pack' im Boden rum! Moritz! Der Wasserfall, der rumverkehrt rum! 3... 3... 3... Mann, Gott, lass mich los! Der steht da immer noch nicht! Ey, du... Am Anfang, wenn du 3-3-3 sagst, du... Und es stats an der Seite, du hast die... An der Seite? Ja, aber nicht... Du hast zum Beispiel 4-3! 3... 4 Foden und 3 Fills! 3... Toll! Ja, wegen dir! Du hast meine KD kaputt gemacht! 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 Ja, ne 0-0 KD! Ja, ne 0-0 KD! Nicht unterfallen, ich bin behindert, bin behindert! Hast du schon ein Schwert? Hm... Nein! Den... Moritz? Ich denke, das kannst du dir selber denken! Ja, warst du, bitte? Ja, schätze mal? Ich geh' mal gleich, äh, an den anderen und dann kann ich mal aufnehmen, wenn du möchtest! An den anderen Computer? Cool! Aber dann kannst du die Videos nicht hochladen! Ah, wo doch! Du hast ja jetzt auch... Ach, egal! Nein, aber erstmal nicht! Erstmal nicht! Kann sie dir auch schicken! Also für Info! Das dauert zu lange! Oder? Das dauert zu lange! 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 Wie gesagt, per Stick! Per Stick! Ja, wenn... Ja! Aber trotzdem! Das hört sich Moritz immer an, ey! Aber schicken! Das sagst du! Das sagst du! Du, der immer dieses Rie... GERäusche macht! Wie so'n kleiner Behendi... Keine Ahnung! Du meinst so'n kleiner Behendi-Geyer? Genau! Und ich bin ein Gummibär! Deine Mutter ist ein Gummibär, ey! Die dehnt sich auch von innen, ey! Ganz ehrlich! Danke für den Schuh! Die ist richtig krass so gut beim Bärmen! Mit Bärmen! Kann's sein, dass es hier irgendwie keine... Oh Gott! Ah, du weißt was mit da drauf ist, ey! Oh oh! Oh oh! 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 Verpiss dich, Moritz! Ich töte dich! Das ist, äh... Sinn des Spiels, ja! Hast du überhin erkannt? Ich bin bei dir in der Nähe! Machen wir mal so schön vor! Ich nicht! Also ich bin hier auf dieser Map! Ja, das ist schön! Ich bin auch auf dieser Map! Oh Gott! 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 Oh, hallo! Oh, ich seh dich! Hallo! Ich hab immer einen Bären! Bogensgeld! Das macht man nicht! Fuuuck! Fuck! Er hat sich getroffen! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Weil du hattest ne Blendschamatte. Spass, geh. Nicht nur eine. Ich hab noch keinen Job. Och gut. Und ich hab jetzt leider keinen Fein mehr. Ich bin tot. Das ist persönlich sehr doof. Naja, ich mach mal ab. Ja, jetzt mach dir die Pussy. Jetzt mach deine Pussy. Ja, fein. Ja, gucke mal. Wo sind die verdammten Items? Ich will die Items haben. Ich bin nicht runtergefallen. Nein, 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 nein. Ich hab kein halbes Herz. Boah, Alter. Boah, shit, ey. Ah! Nein, 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 nein. Ich hab noch ein Herz. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Wo bist du? Fuuuck. Alter, hör auf mal, du. Hör auf mich zu mo- Wo warst du? Wo? Wo warst du zur Hölle? Wo? Da... Oh lol, von da aus triffst du mich. Genau. Komm, Alter, nochmal. Meine Fresse. Doch, komm jetzt, Alter. Noch eine Runde. Revanche. Zu den drei Toten. Nee, warte, ich komm gleich. Ich komm gleich wieder. Okay? Gaaahhhh. Dann, bis gleich. Ja, tschüss. Erstmal kurz. Oh, neue Map, cool. Kenn ich noch nicht. Durchpack. Fertig. Ja, vielleicht liegt's am Shader dann. So, nächste Runde. Oh, ey. So, da sind wir wieder. Alter, umge. So, ich glaub, jetzt komm ich auch ein bisschen besser klar. Oh ja, hab ich gute Sachen. Alter. Laksha. Oh, ich hab die Enderperlen gefunden. Achja, Leute. Falls ihr gerade gemerkt habt. Ich spiel jetzt ohne Intex-Effect. Da ist bei mir auf einmal angefangen hat zu lenken. Das ist so ein bisschen im Plan. Im kleinen Sinn ist problematisch. Ohlalala. Das Schöne ist, Mobis kennt diese hässlichen Map nicht. Deswegen hab ich auch schon die Enderperlen gefunden, ne? Und so. Nein. Dann weißt du jetzt, wo ich bin, ne? Scheiße. Ja. Hätt ich noch nichts gesagt. Dann an einen Tag. Ja, natürlich. Alter, hast du schon ein Schwert? Hm, vielleicht? Ja. Ein bisschen. Ja. Wie viele? Wie viele? Äh. Deine Ahnung. Ich kann nicht zählen. Ich bin zu untalentiert. Oh, zwei. Jetzt. Sag nicht, du bist ein Arschloch. Und ich bin in einem Loch. Ja, das ist ganz wichtig. Und ich seh den Namen. Hallo. Hallo. Ah, du hast einen Bogen. Das ist so ein Pferd. Nein, 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 nein. Oh, oh, ah, ah. Oh, oh, ah, ah. Oh, oh, ich hab's nicht abgebrochen. Da muss. Oh mein Gott. Fuck. Ist zur Hölle, du weißt sofort, was ich da bin? Was zur Hölle? Ich hab gesehen, wie du die schätzliche Enderperle geworfen hast. Krassisch. Alter, wie scheiße. Alter, Junge, wie? Wie? Äh? Warte, 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 warte. Warte, mein Mikro ist umgefallen. Na und? Das wiegt mein Scheißdrick, Alter. Okay. Du bleibst, komm. Ich dachte, du bleibst. Kommt? Nee. Nö, ich bleib nicht mein Geld drauf. Hallo. Äh. Still prickieste. Läuft. Naja, egal. Okay. Jo. Alter, wie viele Pfeiler hast du eigentlich? Kleines Snitch, Alter. Oh, weg halt noch mehr rum. Du, kleines Snitch, ey. Du. Für euch Leute. Wie viele Pfeiler hast du, Alter? Wie viele Pfeiler hast du, Alter? Wie viele Pfeiler hast du, ja? Du hast du. 26.000? Gibt's dazu. Oh, Alter, ich bin mir jetzt ohne Shader. Ja, komm, noch eine Runde, dann muss ich hoff und dann ist es auch schon wieder vorbei, wa? So, jala, jetzt hier. Challenge me. Kannst du jetzt echt den Shader raus? So, äh. Warte, ich mach grad Tech-Shop-Werke rein, aber ohne. Schader, weil der Shader rät nicht arschmäßig auf. Komm nicht mit der Mauskarte, das geht gar nicht. Okay, sag mal ruhig, ich muss mal eben kurz kleine Infos machen. Ähm, ja, wir waren auf der Gamescom, ne? Und die war jetzt vor kurzem und, ähm, ja, darum beziehe ich mich viele YouTuber getroffen, unter anderem Keith Meat, der Kev, Moon Die7 und Commander Krieger und solche Sachen, ne? Ja. Ja. Was gibt's da noch zu sagen? Achso, wir haben ein Video gemacht. Daniel, soll ich das auch erwähnen? Ja, ist egal, da seht ihr endlich unsere hässlichen Kratzen. Ja, genau. Wir haben jetzt nämlich einen Real-Life-Kanal endlich gestartet. Ähm, der heißt Pommes SchachtelTV. Link unten nochmal in der Beschreibung auch. Oder vielleicht auch irgendwo hier im Video. Ähm, ich guck mal, wie ich's mache. Weiß ich nicht genau. Und, ja. Da könnt ihr gerne mal drauf gucken. Ist bis jetzt auch nur ein Video drauf. Ja. Von der Gamescom halt. Ja. Ja. Das wärs noch ein. Ja. Boah, Daniel. Ich hasse TS sooo sehr. Oh, ihr glaubt es nicht. Ihr glaubt nicht, wie sehr ich TS hasse. Du lagst bei mir sehr rum, Daniel. Hab ich das schon mal gesagt? Ja. 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 Ähm, da war Daniels Internetverbindung weg. Und es geht sofort weiter. Vielen Dank. Guten Tag. Jetzt bist du wieder da. Boah, yo. Du bist, äh, abgekrampt wieder. Du bist aus Minecraft rausgeflogen. Ja. Ich hab wieder gewonnen. Ein extra Rauf. Ich hab einen Vianna wirklicher Rauf. Ja, okay. Das war neuer Aufnahmen machen. Das war scheiße. Nein, das war gut. Hm. Ja, f*** dich. Du brauchst aber erstmal meine Aufnahmen. Wieso? Wer sagt das? Hm? Hm? Ich kann einfach alleine auswarten. Ey. Achso. Ja, okay. Du hast Autorität. Okay. Ja, gut. Okay, ähm. Ja, Daniel, sollen wir jetzt auf dich warten? Oder... Soll ich jetzt auf dich warten? Oder... Ich bin... Wo bist denn du? Welcher Lawie? Keine Ahnung. Ach, komm, ich geh einfach in den Lawie. Komm in acht. Komm in acht. Ja, okay. Acht. Äh, wo ist acht? Ah, da. Das ist so durcheinander irgendwie. Das ist komisch. Siehst du mich? Nein. Ja, komm, dann muss ich dich wieder challengen. Okay, warte. Ne, warte, warte. Ich mach's ganz einfach. Hm. So, und... Ach, ne. Komm. Ja, dann seh ich dich jetzt wieder nicht. Immer der, der Giant sieht man. Den sieht man nicht. So. So. Sehr komisch. Ja, wir machen noch einmal eine richtig easy Sache. Ja, komm mal rein jetzt. Ja, la, ich will doch. So. Währendsessen können wir uns ja verabschieden. Ja, genau. Oh, geil. Danke sehr. Ach nein, nicht Jump'n'Run. Oh, ich kann nicht mehr. Na ja. Oh Gott, ich werde so verstanden. Also du rede einfach mal, ich konzentriere mich vor. Ich will mich auch konzentrieren. Ja, wenn du willst gewinnen, natürlich. Ja, wenn du willst gewinnen, natürlich. Ich war mit der Tastatur und sind noch nicht gut. Ah, deswegen... Oh, alles relativ. Alter. Moritz. Einer. Erster Fail. Alter. Du hast schon vier. Lo, was geht bei dir, Alter? Nein! Ja, das kann dir jeder sagen. Okay. Das geht nicht. Hab ich jetzt festgestellt. Ach, Daniel, was ist denn mit seiner Internet-Termin-Normale? Ich höre das jetzt schon gerne mit mir. Okay. Ihr seht! Ich bin nur vom Mikro weg. Ah, was sagt das denn? Okay. Also, Verabschiedung. Ich muss mich konzentrieren. Aber ich werde jetzt irgendwie versuchen, niemals zu labern. Das ist ja die Kunst an einem Let's Play. Ähm. Irgendwelche Scheißen zu brabbeln während man gezockt. Auf jeden Fall, ja. Also, besucht gerne unseren Real-Life-Kanal PommelschaftelTV. Und, äh. Boah, Alter, ich verkacke. Daniel hat schon zwölf Anläufe, Leute. Das hat er sonst nie. Weiß denn. Und, ja. Dann seht ihr unsere Fresen da. Da könnt ihr auch von mir aus hier drunter schreiben. Macht Facecam oder was auch immer. Würde ich jetzt auch machen von mir aus. Ähm. Daniel redet nicht mehr mit mir. Oder mit euch. Ah, ich verkacke. Ich wette nicht wohl Daniel noch einen Fails. Ja, jetzt hat Daniels raus. Scheiße. Jetzt hast du es gesagt, Alter. Fick. Ey, wieso? Du bist ja noch weiter als ich. Aber ich bin jetzt auch weiter. Ah. Nein! Oh Gott! Ich bin drüber gesprungen. Nein! Oh Gott, das ist so schwer, sich zu konzentrieren und dann dabei noch zu reden. Und, boah. Reden muss gelernt sein. Oh, ho, ho. Oh, nein. Der ist so schwer. Letzter. Ah, du bist. Siehst du, ich hole dich noch rein. Nein! Oh lol, das war fail. Gott, das dauert viel zu lange. Okay. Wir machen das jetzt hier zu Ende so rein irgendwie und dann hier so Endcard und so. Und, ja. Dann sehen wir uns einfach nächstes Mal und genau das hier lasse ich jetzt einfach einen schnell durchlaufen also bis zum nächsten Mal tschüss Jo das war's auch schon wieder mit unserem ich glaube mittlerweile 77. Video ja vielen Dank für 26 Abonnenten weiterhin für mittlerweile 2.200 Klicks wir hatten jetzt am 17.5. einjährigen und ich hoffe die vergrößert sich immer mal wieder wir versuchen jetzt öfters mal wieder Videos also Let's Place zu machen hier auf dem Kanal und wir haben natürlich jetzt mittlerweile auch den neuen Kanal Promos SchachtelTV den Reeloff Kanal ich hoffe wir können da irgendwann in nächster Zeit auch mal wieder Videos machen oder mal Videos machen wir haben ja jetzt eins von der Games kommen halt wie ich schon im Video sagte und ja guckt auf jeden Fall vorbei Link unten in der Beschreibung falls ihr auf dem Smartphone oder Tablet guckt oder was auch immer Laptop natürlich auch oder Computer und ja wir sehen uns dann im wahrscheinlich 78. Video bis dann macht's gut tschüss S T fest 9 70 55 400 60 75 65 Vielen Dank.